der Der Hund meiner Tochter heißt Toni. die Die Küche ist sehr schmutzig. Die Küche ist sehr schmutzig. das Das Auto meines Freundes ist sehr teuer. und Wir gehen ins Kino und essen Popcorn. Wir gehen ins Kino und essen Popcorn. Ein Das ist ein Apfelbaum. Das ist ein Apfelbaum. ich 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 bin Arzt und arbeite in einem Krankenhaus. Du 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 bist sehr groß. Du bist sehr groß. Er Er ist mein Ehemann. Mein Name ist Pascal. Mein Name ist Pascal. Sie 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 ist die Ehefrau von James. Sie ist die Ehefrau von James. Ihr Name ist Paula. Ihr Name ist Paula. Es Es Das ist das Auto von meinem Sohn. Das ist das Auto von meinem Sohn. Es ist rot. Es ist rot. Es ist rot. Ihr 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 seid eine Deutschklasse. Ihr seid eine Deutschklasse. Sie 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 essen jeden Morgen Obst zum Frühstück. Sie essen jeden Morgen Obst zum Frühstück. Der Mann Der Mann Der Mann an diesem Tisch ist mein Freund. Freund Der Mann an diesem Tisch ist mein Freund. Die Frau Die Frau Die Frau Die Frau neben mir ist meine Mutter. Die Frau neben mir ist meine Mutter. Das Kind Das Kind Das Kind, das mit dem Hund spielt, ist mein Sohn. Das Kind, das mit dem Hund spielt, ist mein Sohn. Das Haus Das Haus Das Haus meiner Mutter ist sehr groß. Das Haus meiner Mutter ist sehr groß. Der Tisch Der Tisch Der Tisch Wir müssen das Geschirr auf den Tisch legen. Wir müssen das Geschirr auf den Tisch legen. Der Stuhl Der Stuhl Der Stuhl Der Stuhl im Wohnzimmer ist beschädigt. Der Stuhl im Wohnzimmer ist beschädigt. Das Bett Das Bett Das Bett steht im Schlafzimmer. Das Auto Das Auto Das Auto ist in der Garage. Das Handy Das Handy Das Handy Hast du zu Weihnachten ein neues Handy bekommen? Hast du zu Weihnachten ein neues Handy bekommen? Der Computer Der Computer Der Computer Ich arbeite jeden Tag von zu Hause aus am Computer. Der Kühlschrank Der Kühlschrank Ist der Kühlschrank voll mit Lebensmitteln? Der Ofen Ich backe gerade Kekse im Ofen. Ich backe gerade Kekse im Ofen. Der Geschirrspüler Der Geschirrspüler James, räume bitte das Geschirr in den Geschirrspüler ein. James, räume bitte das Geschirr in den Geschirrspüler ein. Das Sofa Das Sofa Das Sofa Ich schaue gerne Filme und esse auf der Couch. Ich schaue gerne Filme und esse auf der Couch. Der Teppich Der Teppich Die Süßigkeiten sind auf den Teppich gefallen. Die Süßigkeiten sind auf den Teppich gefallen. Das Licht Das Licht Jeden Abend, bevor wir schlafen gehen, müssen wir das Licht ausschalten. Die Lampe Die Lampe Die Lampe funktioniert nicht. Das Fenster Das Fenster Das Fenster Das Fenster ist offen und es ist sehr kalt. Das Fenster ist offen und es ist sehr kalt. Die Tür Die Tür Die Tür ist geschlossen. Die Wand Die Wand Die Wand Die Wand Ich möchte ein großes Bild an die Wand hängen. Ich möchte ein großes Bild an die Wand hängen. Die Decke Die Decke Die Decke in meinem Haus ist aus Holz. Die Decke in meinem Haus ist aus Holz. Der Boden Der Boden Der Boden Das Baby spielt auf dem Boden. Das Baby spielt auf dem Boden. Das Badezimmer Das Badezimmer Das Badezimmer in meiner Wohnung ist groß. Das Badezimmer in meiner Wohnung ist groß. Die Dusche Die Dusche Die Dusche Nach dem Aufstehen gehe ich gleich unter die Dusche. Nach dem Aufstehen gehe ich gleich unter die Dusche. Das Waschbecken Das Waschbecken Ich wasche meine Hände im Waschbecken. Ich wasche meine Hände im Waschbecken. Das Wohnzimmer Das Badezimmer befindet sich neben dem Wohnzimmer. Der Spiegel Der Spiegel Der Spiegel Jeden Morgen schminke ich mich vor dem Spiegel. Das Handtuch Das Handtuch Das Handtuch im Bad ist schmutzig. Das Handtuch im Bad ist schmutzig. Die Küche Die Küche Die Küche Heute Abend werden wir in der Küche zu Abend essen. Heute Abend werden wir in der Küche zu Abend essen. Das Esszimmer Das Esszimmer Das Esszimmer Jeden Morgen frühstücken wir im Esszimmer. Jeden Morgen frühstücken wir im Esszimmer. Der Garten Der Garten Der Garten Die Hunde spielen im Garten. Die Hunde spielen im Garten. Die Terrasse Die Terrasse Die Katze schläft auf der Terrasse. Der Balkon Der Balkon Wir machen einen Grillabend auf dem Balkon. Wir machen einen Grillabend auf dem Balkon. Der Pool Der Pool Das Mädchen schwimmt im Pool. Der See Der See Im Sommer gehe ich gerne im See schwimmen. Im Sommer gehe ich gerne im See schwimmen. Das Meer Das Meer Das Meer ist ein idealer Ort für den Urlaub. Das waren einige sehr wichtige Wörter für Anfänger. Findest du sie schwierig? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Das Meer